So, da bin ich wieder für euch. Ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid. Wir sollen jetzt Prokundschaft verkünden und allen Bescheid sagen, dass wir... Achso, da ist ja nur das Schur zugegangen, dann ist ja auch alles gut. Nicht das Steckenpferd. Das holen wir uns. Scheiße! Nein, es war der Rauch, weißt du? Eines Tages bist du in der Familiengruft in Oxford wieder mit ihnen vereint. Und das ist ja nett. Äh, Überblick verloren, Überblick verloren. Zwei geschafft, eins noch bleibt. Die Austern sind wahrscheinlich die Stars der Show, wenn man sie wach bekommt. Ich dachte, die wurden im Film aufgefressen vom Walross und dem Zimmermann. So was dachte ich mir, natürlich. Oh, ich wollte mir gerne erst die Fristmichblume holen. Wir brauchen Zähne. Wir haben immer nur zu wenig. Ich will immer, immer, immer alles upgraden. Eins. Zwei. Und hoch die Nummer drei. Der Walross und das Zimmermann. Oh, haue, haue. Achso, oh. Ich habe ganz kurz nicht aufgepasst. Ich habe hier so ein Katzenvieh, das auf Gurken steht und das hat sich die Gurken geklaut vom Tisch. Ah, shit. Dafür bin der ich schaffen, wenn der ich. Und ich hasse sowas. Wie bereits erwähnt, der Gummi Jet im Kingdom Hearts. Ah, shit. Gleich sind wir tot. Oh, ich will nicht nochmal. Kann ich das nicht überspringen, bitte? Bitte. Nein, kann ich nicht, ne? Och, Gottchen. So, nochmal. Gehst du vom Tisch weg, du? Entschuldigung. Du sollst ja auch nicht sein mit dem Let's Play, dass ich hier mit dem Katzentier rumschimpfen muss. Weil es so auf Gurken steht. Dabei wollte ich nicht mal irgendwas Privates erzählen, aber... Ich glaube, das ist nicht so dramatisch. Oh. Oh. Was ich bei dir. Oh. Nein! Schiff! Scheiße. Haben wir es geschafft, bitte? Ja? Richtig. Oh. Sehr gut. Fehlt uns nur noch eine. Wir malen die Rosenrot. Malen die Rosenrot. Hey! Ah. Ich wollte hier noch so Sachen einsammeln. Und jetzt muss ich nebenbei auch noch den Tisch bewachen. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, da sind wir durch. Leer. Schade. Mensch, aber man kann es ja probieren. Ah, stopp. Zwei geschafft, eins noch bleibt. Die Austern sind wahrscheinlich die Stars der Show, wenn man sie wach bekommt. Scheiße. Mann! Ich muss aber meinen Knopf suchen hier. So. Mann! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich seh auch so viel Na Mann Scheiße Ich wollte doch nicht mehr so sprechen Gar nicht so einfach So, warum Warum kann ich nicht springen Könnt ihr mal schießen Ich bin jetzt Ich bin jetzt Scheiße. 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 Oh Gott. Ein Bett. Oh, mit... Ach, du hast mich beim Träumen gestört. Ach so, es geht wohl zur Show. Haben wir denn jetzt endlich alles? Wir, die Zähne sind weg. Natürlich, toll. Spiel ist wunderbar. Ach, Gottchen. Ach, wir malen die Rosenrot. Wir malen die Rosenrot. Nicht schwarz, nicht grün, nicht aquamarine. Marie. Wir malen die Rosenrot. Das bringt ihnen schneller den Tod. Tod, 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 Tod. Erst gucken ist nichts. Dort entlang. Na, ist sie jetzt gefangen genommen worden, oder wie? Okay. 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 Oh Oh Ganz kurz Schauen Super Tschüss Außerdem habe ich da eine Schweineschnauze gehört Aber wo? Wir haben schon so viele verpasst Das ist so ungerecht Naja, was heißt ungerecht? Ich meine Ab hier höre ich sie So Oh Sorry, aber Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr lang Wenn ich da rausspringe, komme ich hier ja gar nicht mehr hoch, ne? Leute Sorry, aber ich Ich glaube, ich muss da sogar lang Oh Gott So Da können wir lang Ach, wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach So, wo ist das Ding jetzt? Wo ist das? Ja, hier, 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 hier Das gibt's doch nicht Wo ist das Ding? Die sind aber auch echt gemein versteckt Darf ich das darüber? Sehr gut Das war echt knapp Das war echt knapp Super, super, mega, mega, mega knapp Knapp, knapp Einmal da rein Ich freue mich ja schon, wenn wir Erinnerungen und sowas mitbekommen Mitnehmen können Was ist das da? Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang möchte Ah Seltsam schon Auch ungewöhnlich Sogar außergewöhnlich Aber fast nichts ist einzigartig alles Eures war nicht das erste Backsteinhaus, das durch Feuer zerstört wurde Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir nicht cool daran sind Dass ein Feuer entstanden ist Weil wir haben's ja nicht mit Absicht gezündet So, das mit der Schweineschnauze, das kann ich mir nicht erklären Also ich verstehe immer nicht, wo die Dinger sich aufhalten Nehmen wir die noch mit? Finde ich immer ganz witzig Ich geh aus dem Spiel raus Und wenn ich wieder reingehe, um weiter aufzunehmen Oh nein Feichert Also Nicht warum Wir gehen Wir gehen Wir gehen Er Wir können Ah! Sehr schön. Ich muss das überspringen. Es tut mir leid, aber ich möchte gerne meine Zähne da bekommen und meine Heilung. Normalerweise würde ich nicht einfach irgendwas überspringen, aber ich denke mal, das war derselbe Text wie eben. Das habe ich natürlich nicht aufgepasst. War mir da auch so hoch? Ich glaube eher nicht. Doch. Oh, sehr gut. Wie viele brauchen wir denn von den Austern? Was? Ist das? Ich möchte das nicht wissen. Hilf mir, Alice. Dieses Showplakat, es ist ruiniert. Wenn ich es nicht wieder hinkriege, macht mich der Zimmermann zum Muschelkalk. Ach so. Den da oben kriegen wir gar nicht erst. Was? Sammle die vier Blöcke in der Umgebung ein, um das Puzzle zu starten. Schreibe die Puzzleteile so auf das Spielbrett, dass sich ein Bild ergibt. Du musst allerdings mit einer begrenzten Zahl von fünf Zügen schaffen. Oh, blablablablabla. Die Ordnung der Dinge ist mir oft ein Rätsel. Dir auch. Ich brauche das Plakat jetzt. Ja, ich bin ja schon dabei. Meine Liebe, meine Liebe. Schau mich erst mal nur um, ja? Keine Panik. Der Muscheltitanik. Ich... Ja. Schau mich erst mal um mich selbst, ja? Man selbst geht ja eigentlich voran. Und das... Weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich gucke mir das jetzt eben mal an. Ich habe ja irgendwie was eingesammelt. Also. Fünf Züge, ne? Oh, der ist so furchtbar. Oh. Wie mache ich das? Ja. Keine Ahnung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da fehlen uns ja doch noch Teile. Also müssen wir, glaube ich, doch noch weiterlaufen. Hm. Oh. Nein. Ach, geht weg. Ich häng da fest. Wo ist denn der Krabbenkönig? Scheiße. Da. 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 Ah, also langsam werft. Oh. Kriegt er mich auch hier? Einmal kurz umschauen. Meine Frage. Wie komme ich denn da hoch? Kriege ich den denn da runter? Ich bin auch gut angeschlagen und wollte jetzt eigentlich nicht so gerne gleich sterben. Scheiße. Ich bin schon wieder ganz ruhig und konzentriert, ganz ruhig und konzentriert. Was überspringe ich jetzt? Ich brauche das Plakat jetzt. Ja, meine Liebe. Ich hab da was für dich. Die Ordnung der Dinge ist mir oft ein Rätsel. Dir auch. Wo war das jetzt? Wo war das noch? Furchtbar oben, ne? Ja. Wobei ich gestehen muss. Mal eben den. Shoulder. Untertitelung des ZDF. Ah. Toll, bin ich voll in einen reingelaufen. Lass mich doch los. Scheiße. Oh. Oh. No! Oh. 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 so meine frage schon wieder drei rosen ok scheiße da sein blöden arm noch ja raus aus dem anvisieren leute ja wir werden natürlich fortfahren und das let's play wird auch immer weitergehen gar nicht das ding ich glaube es ist doch besser wenn ich jetzt mal eine kleine pause mache mich runter fahre ich mal ein käffchen trinken und dann dann bin ich wieder für euch da und ich habe auch keine lust irgendwas wegzuschneiden ich lasse es so wie es ist auch jetzt eine pause und dann geht es weiter ganz in ruhe mit ganz viel kraft und viel energie und viel motivation so ihr lieben bis zum nächsten mal